Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Ja, das letzte Mal haben wir angefangen. Ne, haben wir gar nicht. Das letzte Mal. Haben die erste Mission gemacht, die erste richtige Mission gemacht und haben Mallory abgeholt und dabei gleich mal Michelle kennengelernt. Und bei der haben wir jetzt schon gleich ein Date. Ich meine, wir sind seit 10 Minuten in diesem Land und wir haben schon ein Date. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und kurze Info, ich habe ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgespielt. Und ich habe jetzt irgendwie mehr Frames. Obwohl ich meine, dass ich das eigentlich schon mal ausprobiert habe. Jetzt habe ich jedenfalls so 50 Frames. Das ist auch erstmal für mich ausreichend. Also ich kann sowieso, ich bin auch jemand, der mit 30 durchaus keine Probleme hat. Aber für eine Aufnahme will man dann halt gerne noch ein bisschen mehr haben. Ähm, aber müsste soweit funktionieren. Läuft auch relativ flüssig. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. Ähm, ja. Außerdem habe ich auch einen Kommentar alten von, äh, Eieiei. GameSoccer98. Äh, 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 danke für das Auto. Ähm, auf der Kartplatz, ja, 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 ja. Gehen Sie mal weg, Oma. Äh, erstmal muss ich coolen Radiosendern machen. Da hoffen wir, dass endlich mal ein Lied kommt, was ich auch kenne. Moment. Äh, äh. Ne, irgendwie nicht. Aber die Sänger, die Band oder was auch immer, der Gesang kommt mir bekannt vor. Stimmt, irgendeinen an, den man kennt. Oh nein, geht schon los. Ist es die Frage, ist es eine Mission, ja, ist es die Mission, okay. Ist es die Hauptmission, die jetzt weitergeht? Dann werden wir aber erstmal zu Mallory, äh, Michelle gehen. Oh Gott, ich werde noch ganz schlau, auszusehen Mallory sagen. Ich bin mir ganz sicher. Ähm. Was wollte ich sagen? Was wollte ich ja gerade noch sagen? Ich habe einen Kommentar erhalten, der mir wo angeblich helfen kann, mit, äh, wie man 60 FPS kriegt. Äh, leider habe ich noch keine Antwort gekriegt. Weil ich nehme das hier gerade kurz danach auf. Deswegen habe ich erstmal selber wieder ein bisschen rumprobiert. Weasel News. Aha, das interessiert mich aber nicht. First Aid. Ich hoffe, die Ladezeiten sind nicht so langweilig. Irgendwie hatte ich eben beim... Was sind die bei den Sinn, wenn wir mit der Zeit Freunde finden und Freundinnen kennenlernen? Du wirst verschiedene Sachen mit ihnen unternehmen können. Zum Beispiel essen gehen. Äh. Okay, der Charakter gerade war ein Spoiler, glaube ich. Das ist ein Charakter, dem wir später noch begegnen. Cool. Etwas spielen oder ein Kabarett oder einen Komiker ansehen. Weil irgendwie waren, was wollte ich sagen, die Ladezeiten hat von richtig ewig gedauert, bis das Spiel anging. Ich weiß selber nicht genau, woran das lag. Ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendwie auch der Fall ist, wenn man eine Mission startet. Aber er sieht eigentlich ganz gut aus. Oder auch nicht. Ah, geht schon. Jeder Freund hat seine Lieblingsaktivität. Oh, oh. Den aber, ähm... Aber auch Sachen, die er nicht so gerne macht. Das Gleiche gilt für jede Freundin. Ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass man mit einer Freundin lieber nicht in den Strip-Club gehen sollte. Nur mal so eine Vermutung. Natürlich gibt es im Gegensatz zu GTA 5 noch keine nackten Brüste. Weshalb, äh... Ich da nicht, ne? Viele deiner Freunde werden dir bestimmte Gefallen tun, sofern sie dich genug mögen. Genau, der versorgt nämlich mit Waffen. Das ist voll der Spoiler, der Charakter. Na, ich sag mal seinen Namen noch nicht. Eine Waffe, die uns zum Beispiel oder das beschaffen von Bomben, die dir helfen, schwer bereichbarer Ziel zu erledigen. Genau, Autobomben. Ist natürlich cool. Boff. Boah, das war laut. Schön. Ähm... Autobomben, die gab's in GTA 5 gar nicht mehr, ne? Hm. Komm! Wer ist es? Hey, es ist Nico. Hey! Ich habe nur mein Haar mitbekommen. Komm in! Danke. Ich werde mit dir in einem Moment sein. Warst du einfach rein? Nein. Warum? All deine Sachen ist neu. Einige haben noch immer noch Tags auf. Ja, well... Ich liebe Dinge clean. Ich kann das sehen. Aber alles ist neu. Ja, ich bin ein bisschen obsessed mit cleanliness. Dinge auf meine Nerven sind und ich einfach sie rauskriebe. OCD oder was? Oh. So, where are you taking me? Uh... You look good. Oh, thanks. I don't know. Uh... I'm new here. I thought maybe we could go to the, uh... Funfair. Yeah, great. Let's go. Love the Funfair. Actually, we call it, um... Carnival here. Just a little difference. Uh... Whoop-de-doo. Okay, ich hab auf einmal ein anderes Auto. Interessant. Boah, was heißt du denn für Musik, Alter? Passt ja gar nicht. Okay, wenn ich ausatme, hört man das extrem auf der Autospur, merke ich gerade. Irgendwie kam noch kein Lied, was ich kann... Was ich konnte. Was ich kenne. Ich meine, bei GTA 4 sind wahrscheinlich die meisten Lieder, die ich nicht kenne. Aber trotzdem... Noch keins, was ich kenne. Ein paar gibt's immerhin. Naja. Ist ja auch egal, ne? So, dann fahren wir jetzt mal zum Jahrmarkt. Hier gibt's noch gar keine Kilometeranzahl. Merke ich gerade, wie weit es entfernt ist. Aber halt, macht der... Oh, nein! Oh, mein Gott. Ja, ich bin ja auch ein Gangster. Eigentlich passt der Musikgeschmack, den ich hier gerade ausfiele, auch überhaupt nicht zu Nico. Aber was soll's. Manchmal geht hier immer das, was ich hören will und nicht, was jetzt zu dem Charakter passt. Hm. Bowling geht immer. Ja, das ist ein kleiner Insider. Wenn man so will, auf meinem Kanal. Äh, du kannst hier auch ruhig hochkommen. Ähm. Las Venturas, ne? Zum Verständnis. Las Vegas aus, ähm... In der GTA-Welt. Wo man ja auch in GTA San Andreas hin kann. Ich bin nicht ein Lokal in Liberty City. Ich komme hier von irgendwo... Woher? Oh, der Midwest. Ja, du kennst wahrscheinlich mehr Leute hier, als ich. Mehr Arschlösen, vielleicht. Ist schön, dass ich hier ganz langsam, lang schlendere, während einfach niemand hier ist. Was ist denn da? Geht was rum? Ach, Molotow. Erstmal Molotow-Cocktail, alles klar. Ne. Brennen zwar schon, aber wir packen den einfach wieder ein. Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup. Ach komm, wir rennen einfach hin. Naja, ein bisschen Sport macht ja auch nichts beim ersten Date. Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup. Oh, jetzt kommt hier Sisters of Mercy. Interessanterweise eine Band der 80er, die ich früher sehr viel gehört habe, weil meine Eltern das immer gehört haben. Drücke ihr Arme an der Wurfposition zu wählen. Naja, ja gut, dann passt es glaube ich soweit. Dominion von Sisters of Mercy. Ich mag das Lied. Ähm, das ist lustig, weil ich glaube, als ich die Mission damals gemacht habe, habe ich noch mit Maus und Tastatur gespielt. Ähm. Achso, den rechten Stick. Achso, ähm. Wow. Nein. Nein. Ich habe zu weit nach links gedrückt. Scheiße. Oh. Oh, shit. Badada. Not for a moment. Say, say, say. Someday. Someday. Ich weiß nicht genau, wie ich mittig bin. Dominion. Coming time. Okay, einmal kurz nach links. Oh. Okay, ich darf nicht nochmal machen. Frech. Dann mach du mal. Yo. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. What the fuck? Na, 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 na. Keine Ahnung, was das hängt. Okay, ähm, na. Äh. Äh. Ist auch schon sehr langsam. Warum war das Ding so langsam? Hab ich auch nicht verstanden. Sollte ich ihm sagen. Won't go bowling. Dann weiß ich schon mal, was ich nicht machen werde, wenn ich mit Roman unterwegs bin. Ui. Oh, das war... Oh. Ich bin so ein geiles Stück Scheiße. In time. Badada. Jetzt habe ich schöne Musikuntermalung, während hier geboult wird. Also ich wundere, ne. Eigentlich ist die Soundqualität besser, als es einfach nur, weil hier Bowling Alley ist. Hier ist die. Das Soundflow einfach scha... Oh mein Gott, müssen wir viel spielen. Wollte mich verarschen. Das will ich jetzt aber... Das bring... Das bringe ich hier aber nicht zu Ende. Das ist mir ein bisschen zu viel. I'm pretty good at bowling. Ähm. Ach du heilige Scheiße. Das dauert mir aber ein bisschen... Ich habe keinen... Ich spiele hier GTA. Ich will hier keinen... Och, nö. Ich will doch keinen Bowling Simulator hier. Ja, dann mache ich jetzt einfach mal... Ja, genau. Genau, das ist wieder der... Oh, nee, ey. Der unmöglich zu regelnde Wurf. Den es bei Hotel, Sick und Cody zu schlagen, gell? Also... Haha. Mir fällt gerade eine Anspielung auf. Moment, zeige ich euch gleich. Ähm. Ich werde gleich mal die... Würfe des Gegners überspringen. Hm, 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 hm. Da glaube ich jetzt einfach hier voll durchballern einfach. Was kostet die Welt? Was ist los? Ba, da, bam, bam, bam. Das Lied ist übrigens irgendwie... Dauert irgendwie 10 Minuten oder so. Nein, ich glaube die Version hier nicht so. Der Original wird... Es dauert irgendwie 10 Minuten oder so. Das ist stark. Fick dich. Tja, krank. Nico und mich. Alles klar. Tch, mein Gott, Bowls ist wie ein Angel. Das würde ich gesagt. Piu. Nein. Das sind kleine Rockstar-Logos auf den Bowling-Dingern. Kegeln. Ich habe das Spiel verloren. Gerade wo das Lied vorbei ist. Passt ja. Hier, die Anspielung. Äh. Ein Bowling-Kegel zwischen zwei Bowling-Bällen. Hm, hm, hm. Ne? Man sieht glaube ich, was das darstellen soll. Äh, okay. Ich muss mal die geilen Digger angucken. Ich habe das Endwort gedroppt. So. So, you don't know many people here in Liberty City. No Boyfriends or Husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talk to American women. I guess. Mhm. Dann lass es mal rennen, ne? Wir wollen hier nicht so viel Zeit verlieren. Ah, schön. Oh, hier sieht man auch das Madlife-Gebäude da rechts. Ich werde den Mann schreien. Schreie, totes Mann. Ah, ich liebe Roxas Humor. Ich liebe ihn. Der fette Bulle, der den Medaille gejagt. Ah, schön. Okay, ähm, was wollte ich sagen? Da, das Madlife-Gebäude, was hier einfach Get Alive heißt. Habt ihr vielleicht gerade erkannt, wenn ihr auf 1080p guckt? Äh, ja. Ne? Get Alive, Get Real Life und so. Ja, versteht schon. So, dann brauchen wir mal. Ein schönes State, würde ich sagen. Na, 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 ist das. Ich weiß nicht, wie das hier heißt und wo die Mütter ist. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das hier mit den Radiosendern ist. Weil bei den DLCs gab es ja noch mehr Lieder. Aber ich glaube, die sind hier nicht mit integriert. Dann. Also ich hab, selbst wenn ich hab's ja nicht installiert. Ich hab's ja nämlich deinstalliert, als ich durchgespielt hab. Oh. Sorry for destroying your car. Michelle. Ich mein natürlich Michelles Auto. Ähm. Äh. Na, 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 na. Ne, du, tuu. Das wirst du bescheuert. Äh, weiß gar nicht, ob die denn hier auch mit integriert wären. Ich hätte es mal mit runterladen sollen, ich Arschgesicht. Hab ich ja leider nicht gemacht. Aber ich glaube, es würde nichts ändern. Ah, jetzt kann man, glaube ich. Kann man das jetzt schon? Ne, man kann doch später noch entscheiden, ob man so, so ein bisschen so, ja, näher kommen will. So ein bisschen, ne. So ein bisschen ran machen mäßig. Ja, ja, überschreibe mal ruhig. Bep, bep, bep. Ähm. Ob man quasi so ein bisschen sich annähern möchte oder ob man einfach nur sagt Tschüss oder so. Man kann, glaube ich, so extrem sein und sie einfach küssen oder so. Ist ein bisschen riskant später noch, aber es wird lustig. Also, ich denke, kannst du sie anrufen oder nicht mit ihr zu verbringen. Äh. Äh. Bede, 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 bede. So, muss mal kurz sein. Danke, dass du dir Zeit, nachdem du du arbeitest, um mich von diesen verrückten Lohnschirken zu retten. Du hast mich verraten, Nico. Du solltest nicht Geld von ihnen in den ersten Platz verraten, Roman. Insofern, ich habe mich mich gesehen. I thought you wanted me to date her. Not what it means me getting beat up and sent to hospital. Come and pick me up, cousin. And at least tell me that you got some titties out there. Maybe then. Your betrayal will be worthwhile. Ja, ist okay. Okay. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach die normale Mission ist, die weitergeht. Und die ich dann auch danach machen kann. Na gut. Das war wohl ein, äh, Fehlschlag. Aber was soll's. Bede, 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 wow. Ne, 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 ne. Coole Mucke. Äh, vielleicht sollte ich mir ja eben den Wegpunkt markieren hier. Zack, das geht ja in dem Spiel hier. Das geht erstmals in GTA, glaube ich, dass man sich in den Wegpunkt setzt. Beziehungsweise einen, der auch dann auf der Straße anzeigt, wo es lang geht. Sonst kommt man vorher auch schon, aber dann war es halt nur ein Punkt auf der Karte. Wo auch eine Luftlinie quasi angezeigt wurde, wenn man so will. Ach ja, das Krankenhaus. Hier bin ich oft gespawnt, wenn man in meiner Mission stirbt. So, meh. Na dann. Tonight, there's gonna be a jailbreak. Ähm. Kurz den, äh, Songdex hören. Pfff. Ja, ja, ist okay, ähm. Irgendwas, wo die gerade auch gesagt haben, aber ich habe wieder vergessen, was. Schön, dass ihr doch einfach Michels Auto geklaut habt, das würde ich sagen. Wenn es Michels Auto war, wahrscheinlich schon. Kennzeichen ist Liberty City. Wow. Jesus. Na ja, man kriege dafür jetzt Pluspunkte, hoffentlich. Bep, bedep, 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 oder einfach nichts. Du kannst in deiner Wohnung Fernsehen, was du nicht sagst. Vielleicht ist es auch einfach nur hier, ne, so von wegen. Beer, jailbreak. Ähm. Weil ich quasi Minuspunkte gekriegt habe und jetzt wieder Pluspunkt, da hat sich quasi wieder ausgebügelt. Das kann natürlich gut sein. Ähm. Nein, 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 bring me jail nach Hause, bla, bla, bla. Hey, wir haben voll viele Prozent. Nicht. Das wird lange dauern. Das wird richtig lange dauern, das Projekt. Aber das macht nichts. Aber bei anderen GTAs ist es ja bisher nicht anders. Leider ist es hier im Unterschied, dass ich das Spiel nicht wirklich gut kenne, im Gegensatz zu GTA 5. Das kannte ich besser, da wusste ich es in etwa, was man alles machen muss und so. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen im Internet nachgucken müssen. Aber gut. Ich möchte jetzt eigentlich ungern noch eine Mission anfangen. Ich glaube, das ist jetzt aber wirklich eine Mission. Oh, oder, ja, fängt einfach sofort schon an. Gut, ähm, dann würde ich aber, glaube ich, eher sagen, machen wir im nächsten, im, im nächsten Folge. In der nächsten Folge weiter. Weil, ne, dauert noch ein bisschen. Oder? Wer ist denn das? Na, es geht gleich um die Ecke, ne? Ich glaube, ich wäre es steht einfach auch nicht. Ich habe wieder nur 30 FPS gerade. Naja, was soll's. Das Spiel läuft einfach nicht so flüssig. Ich habe das auch im Internet gelesen, dass es wohl allgemein sehr viel, also dass das Spiel einfach ein scheiß PC-Port ist. Aber gut. Man kann es ja irgendwie trotzdem spielen. Hier, nein. Oh, ficken. Oh, ja, okay. Dann ist er. Ach, komm, ey. Nervt mich doch nicht. Ja, das Polizei, äh, Gebilde hier ist ein bisschen anders. Man muss jetzt nämlich aus diesem Kreisrohrs fahren, den ihr auf der Karte seht. Und dann ein bisschen warten. So funktioniert das hier mit den Bullen abhauen. So, nehmen wir jetzt wenigstens von den Bullen abgehauen. Das ist schon mal am Anfang. Dann, äh, würde ich hier sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn ich, äh, Roman mal ein bisschen verteidige da vorne, ne? Wäre, glaube ich, so eine allgemein gute Idee. Dann, äh, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.